Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Taro. Mein Name ist Alena. Leute, heute möchte ich euch gerne einfach mal spontan, ja, kurz eine Botschaft mit auf den Weg geben, die der lautet, tritt aus deiner Wohlfühlzone raus. Für manche heißt es, aus dem Schneckenhaus herauszukommen, kein Almödi zu sein, okay, die Welt kennenzulernen, sich neue Möglichkeiten zu öffnen. Andere unter euch bedeutet es einfach nur, nicht in diesen gewohnten Verhaltensmuster zu verfallen, nicht immer so zu reagieren, wie ihr normalerweise reagieren würdet, nicht immer das Gleiche zu essen, das Gleiche anzuziehen, Dinge anders zu kreieren, Dinge anders zu gestalten, okay. Tritt aus deiner Wohlfühlzone raus, heißt, lasse heute mal ein Andersrum-Tag sein und geschehen und genieße einfach, dass die Tagesenergie heute komplett anders sein kann, wie das, was du gewöhnt bist, immer zu einem besseren, aber deine Tagesenergie kann auch bedeuten, die gleichen Situationen immer und immer wieder zu erleben. Gerade Stress, gerade Unwohlsein, gerade Gefangenschaften, gerade Gedankenkarussellen. Raus da, befreie dich von Negativitäten und lasse es zu, dass der heutige Tag, die nächste Woche, der nächste Monat, was auch immer, dir aufzeigen darf, wie schön es ist, sich zu befreien, wie schön es ist, Dinge anders zu sehen, wie schön es ist, einfach in der Leichtigkeit zu sein. Leute, ich wünsche euch alles Liebe, danke für eure Likes, Abos, Kommentare, die ich alle beantworte. Private Legungen, 10 Termine habe ich nur noch frei für April, inklusive therapeutische, intensive Legungen. Schreibt mich also an und heute geht es darum, tritt aus deiner Wohlfühlzone raus, befreie dich von Toxinen, von negativen Gedanken, Energien und ab ins Leben. Lebe im Hier und im Jetzt. Ich wünsche dir alles Liebe. Bye. Bis zum nächsten Mal.